Hallo, hier ist wieder Johannes vom Customer Happiness Team und ich möchte dir in diesem kurzen Video einmal erklären, wie du ein identisches Video an mehrere Kontakte versenden kannst. Dazu bin ich jetzt direkt hier mal in meinen Wowing Account gegangen und jetzt möchte ich dir eben zeigen, wie du eine automatische Beantwortung einstellen kannst in Wowing. Das heißt also, dass ein und dasselbe Video für mehrere Kontakte rausgesendet wird. Du erinnerst dich vielleicht noch, wenn hier ein Kontakt reinkommt, dann steht hier rechts ist hier so ein Button Aufnehmen und dann kannst du eben entscheiden, willst du eine Nachricht aufnehmen oder möchtest du das über die automatische Beantwortung machen. Wie du das einstellst, das zeige ich dir jetzt und dazu klicke ich einmal auf automatische Beantwortung und in diesem Moment noch deaktiviert und jetzt gehe ich zunächst hier auf Nachricht aufnehmen. Ich kann mich wieder entscheiden, Audio oder Video und ich gehe hier einmal auf Audio. Ja und jetzt habe ich natürlich direkt die Möglichkeit, eine Nachricht aufzunehmen, wie du siehst, über die Kamera oder auch hier eine entsprechende Screen Capture Aufnahme zu machen. Das heißt, ich nehme meinen Bildschirm auf, aber ich möchte ja ein Video hochladen und das mache ich hier drüber. Ich wähle hier mein Video aus, öffnen. Hallo, hier ist wieder Johannes vom Customer Happiness. So, das brauchen wir nicht ganz anhören. Das ist jetzt also mein Video, was ich gerne versenden möchte und klicke dann hier unten auf Video verwenden. So, das Ganze wird jetzt hier aktiviert. Gleich erscheint auch eine Vorschau. Das sehen wir dann aber gleich. Jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt hier unter Sendeverzögerung und zwar kann ich jetzt hier auswählen, nach welcher Zeit denn diese Nachricht mit diesem Video versendet werden soll. Und da ist es ganz wichtig, dass ich direkt die richtige Zeit einstelle, denn sobald ein Kontakt hier zu Wowing kommt, bekommt er einen Zeitstempel und zwar genau mit dieser Einstellung hier. Und wenn ich danach sage, ach, ich möchte, dass es doch eher versendet wird, also nicht nach einem Tag, sondern nach einer Minute, dann geht das nicht mehr, sondern das ist sofort dann mit dieser Zeitspanne hier eingeloggt. Deswegen ist es wichtig, dass du dir überlegst, welche Zeitspanne du hier haben möchtest. Und ich entscheide mich jetzt, dass ich das sofort versenden möchte. Also im Grunde genommen nach einer Minute. Das ist so die minimale Zeit. Und das speichere ich erstmal ab hier. Genau, und hier sieht man auch schon die Vorschau. Das ist also mein Video. Und ich habe ansonsten noch die Möglichkeit, hier mit dem Sendezeitplaner zu arbeiten. Das erkläre ich jetzt nicht im Einzelnen, aber den könnte ich noch aktivieren. Ich mache es jetzt aber auf die Art und Weise, dass hier nach einer Minute eine Nachricht versendet wird. Gut, so, dann habe ich an dieser Stelle im Grunde alles eingestellt. Gehe wieder auf meine Kontakte. Und ich zeige jetzt auch mal, dass das wirklich funktioniert. Und gehe hier auf Kontakt erstellen. Nehmen wir einfach mal wieder einen Testkontakt, den hier zum Beispiel einfach nur hier anlegen. Und hier gehe ich auf Abbrechen, denn ich möchte ja kein individuelles Video aufnehmen. So, dann siehst du hier ist dieser Button Aufnehmen. Und nach einer Minute wird jetzt die Nachricht versendet. Und dann springt dieser Button hier um auf diese Anzeige Autoresponder. So, damit wir jetzt nicht eine Minute warten müssen, spule ich jetzt einfach mal vor. Ja, und wie du siehst, ist genau das passiert. Die Anzeige ist umgesprungen von dem Aufnahmebutton auf Autoresponder. Und das zeigt dir, dass die voreingestellte Nachricht mit dem Video entsprechend versendet wurde. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie das Ganze funktioniert. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei uns im Customer Happiness Team. Jetzt wünsche ich dir aber erst mal viel Erfolg beim Austesten dieses Features. Ich freue mich, wenn wir uns dann bald in einem der nächsten Videos wiedersehen. Und bis dahin alles Gute. Tschüss.